Ich überlege, ob ich mir ein Frappé hole aus der Küche. Ein Frappé. Hä? Ist der Buggy? Hä? Das ist doch voll witziges. Mit oder ohne Zucker? Äh, also zusätzlich Zucker mach ich nicht rein, wenn ich den schon süß genug finde, so muss ich sagen. Stop das Buggy. Das ist voll Buggy. Das ist so gut. 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 Okay, ich weiß, also ich glaub die flexen sich da grad irgendwie. Okay. Ja, das ist wirklich Buggy bei mir. Ist aber frech gewesen, du. Ach guck mal, jetzt bewegt er sich wieder. Ist ja witzig. Ja stimmt, das ist tatsächlich Merck. so gut. Das ist gar nicht. Machen die denn Not vor oder so? Kämpen? Oder reden wir hier? Ja. Ich starbe schon ein. Mein erstes Potpiece gedroppt? Ja, Porgadi, Pockpock. Das ist gedroppt. Das ist eine Ich glaube, das ist ja dann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 80 FPS reichen? Du hast gerade 30, ne? Ich wundere mich sowieso, dass du kein Daumenkino hast mit deiner komischen, wenn man das Internetleitung nennen möchte, was du da hast. Ja. Hm, good luck with my hands. Geht schon. Warte mal, was habe ich denn hier gerade eigentlich an... 71. Das Stream, der frisst so hart, Performance. Ich hatte mal ein Mobile, was hat er gesagt? Das Stream drosselt halt mega, mega runter. Deswegen, wenn ich PvP mache auf Stream, dann spiele ich eigentlich immer auf Dings. Also ich komme sowieso nicht höher als 143 FPS. Ferry, du nervst mit deiner DVD, ohne wenn's, ne? Wie viel fucking DVD hast du? Stream PC? Ja, also wenn ich nächstes Jahr umziehe, dann war sowieso der Plan, den einen PC zum Zoom zu benutzen und den anderen dann fürs Spiel dann sehe. Das erleichtert mir vieles dann. Bescheid? Lenny ist da die ganze Zeit schon? Ja. Ich glaube, Lenny ist sogar mein einziges Scheid, ne, Gülda. Meine kleine Ohlonscheid. Schon wieder hab ich das gemacht. Warum tue ich das? Und? Warum kann ich jemand denn den Kack holen? Warum tue ich das? Kann ich mitverkommen? Doch, Lenny ist die ganze Zeit schon da. Wahrscheinlich siehst du es nicht, weil ich keine Gruppe oder Truppe oder sowas hab. Ja. Lenny ist ja unscheinbar hier zwischen. Aber ich spiel ja ungebar. Guck mal, ich hab nix an. Nix, nix, gar nix. Die ist zu klein. Doch, hier ist klein Lenny. Ich mach einfach mal einen Plus. Mal gucken, wo ich lande. Ich glaub, hat überhaupt jemand in der Gruppe oder sowas? Ne, ne? Minus? Oh. Okay. Das ist auch gut. Da hat er eigentlich nicht gerechnet. Lenny müsst ihr jetzt... Wo ist denn der DP-mäßig? Lenny, wo bist du? 500 DP? Mit deiner Scheid? 501 bis 502. Oh. Guck mal, die haben da ja Leute gehört. Vielleicht können wir da mehr als nur rumstellen. Er sagt das doch vorher. Ja. Was ist mit Elfenbad? Oder wo kann ich denn einfach sagen? Der Kuckuck. Der Kuckuck. Ja. Das ist mit dem Januar zusammen zu beenden. Der Kuckuck. Der Kuckuck. Ich fühle mich alleingelassen! Schön, sehr, gell? Das hat mich angezappert. Fagi ist eklig! Oh, Mana! Huch! Anime ist in der Natur, gell? Äh, ja, obwohl, also, Anime stand da oben die ganze Zeit auf dem Stein. Nein, das ist nur einer. Einer von Flakes. Und wir sind... Ferry, hör auf damit! Ähm, wir sind, wie viel hab ich vorhin gezählt? Vier, ne, sind wir? Wir sind vier, ja. Also, zahlenmäßig absolut ausgebrechen. Ah, ne, wo, gar nicht. Ich hab hier Dings. Äh, Gonna Grab kam dazu noch. Ne, also Gogo steht zum Beispiel da oben von Anime. Ich glaub, das ist ein... Ich will jetzt nichts Feindschaft sagen, aber ich glaub ein Mädel? Ich bin auch gesucht! Oh mein, ich bin auch gesucht! Hä? Oh, ich muss mich reparieren. Ähm... Äh, okay! Danke, dass du mich versucht hast, aus dem Wasser zu crampen, aber es hat nicht funktioniert. Moment, musst du kurz... Warte, wir kommen... Hallo? Ich möchte gerne aus dem... Hallo? Okay, ich kann... Ich kann nicht mehr raus. Ne, ich geh... Ich geh nur runter pflanzen. Okay, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich muss mich irgendwann mal reparieren. Reparatur. So. Äh, Fingerfeld. Oh, nice! Deine DP kotzt mich an! Das ist wirklich echt heftig, was der raufballern muss. Was der Tank von mir, ne? Das ist heftig. Das ist heftig. Oh, ist das heftig? War ich denn am Stück? Hallo, Momo. Oh, ich bin angeschleimt. Ist ja widerlich. Ich bin angeschleimt. Oh, ich bin angeschleimt. Und man macht Platoon? Keine Ahnung. Macht doch eigentlich nicht wirklich einen Unterschied, oder? Also, du kannst dich ja hier vorne wiederbeleben. Musst du ja nicht mal pearen oder so wassen. Aber warum RBF also? Achso, weil du nicht mitmachen kannst, ne? Aber ich glaube, das ist gar nicht so gut, wenn ich jetzt RBF oder so gehen würde, weil ich glaube, das würde dann noch viel schlimmer werden dann. Also, von der Masse an Leuten meine ich, die beteiligt ist. Ich bin angeschleimt. Ich bin angeschleimt. Ich bin angeschleimt. Was? Wer hat meine Handtasche angefasst? Wer war das? Hast du den Namen gesehen? Den greif ich mir. Ich bin angeschleimt. Ich bin angeschleimt. Ich bin angeschleimt. Das ist mein Handtaschenschein. Man geht nicht mehr Frauen einfach an die Handtaschenschein, das gehört sich nicht. Es ist auf jeden Fall eine Beziehung. Aber man ist immer ein Gärtner dazwischen, das tut mir voll leid, weil sie oder er gar nicht sonst sind. Wir haben ja voll entspannt gegrindet. Dann sind die ja in die Mobs rein, haben uns umgepuncht und dann sehen wir Spasse. Das ist natürlich richtig unglücklich. Da bist du ja richtig nice reingestampelt. Ja. 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 Gehst du XP machen oder wegen was wirst du da? Wisst ihr, dass das noch voll eklige Kombi ist, wenn Furry ankommt mit Grumpy? Das ist richtig widerlich. Schau auf zu schlenken! Oh, ich bin allein! Danke für den Follower, Lillie. Das ist gemein. Geht ihr jetzt links oder was gehören? Für Geld wird entspannter. Geht so mit Stream ist ein bisschen Tricky Dots zu grinden, finde ich. Weil ich gerade mit meiner kleinen Glaskanone noch mal ein bisschen mehr aufpassen muss. Oder Schlieri mich dann einfach überfährt, aber... Ey, das machen wir nicht, Manna. Das ist eine Indoktonen-Gekick. Schade. Schade. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Bis zum nächsten Mal.